Leute, ich bin's wieder, euer Wanderungsraday und willkommen zu einem weiteren Video, heute um meinem Kanal. Heute, ihr seht schon, Koffer hier halb voll, hier ist noch ein bisschen Stuff, der auch noch irgendwie wo rein muss. Wartet, ich gebe ihn hier über den Koffer. Ah, Fuß-WTL, was? Hier, T-Shirts, Schlafanzug und Hosen, Socken, Stresswahl, wegen Stress, Sonnenbrille, geh ich mal hier ein bisschen durch. Fahrradhelm, Snakes, Gesunde, Ladegeräte, Kopfhörer, Zweit-Handy, Geldbeutel, Powerbank, Rucksack, Fahrradschloss. Dann hier, schon ein paar Hosen, hier, Hose, Hose, da, das ist die Hose, das ist hier, das, also die zwei, das sind die Badehosen, die sind Flipflops. Zwei linke Füße, wenn du zwei linke Füße hast, Flipflops kaufen willst, musst du eigentlich nur Flipflops kaufen, äh, Prank. Äh, hier, Schwimmbrille, äh, ja, hier so, mach ich mal auf, so, die Bude, schön, was ist das? Deo, und Duschmittel, Tauchring, wie so auch immer, Haarcreme, Zahnpasta, Zahnbürste müsste auch irgendwo da drin sein, und noch irgendwelche anderen Cremes. Keine Ahnung, ach, stimmt, Schuhe sind hier versteckt, auch Secret, dass mir die keiner klaut, weil ich gehe in Crocs, werdet ihr im Blog auf jeden Fall noch sehen, dass ich in Crocs morgen losgehe und rumlaufe. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen, dann vermutlich mit meinem, Spaß, äh, morgen früh im Auto seht ihr dann ein paar Ausschnitte, und, ja, die richtigen Ausschnitte seht ihr dann aber erst, wenn wir angekommen sind, am Haus dann, ne, dann geht's richtig ab. Ja, okay, wir sehen uns, äh, dann im Auto, bis dann, ciao, ciao. Leute, ich bin jetzt mal kurz, bevor es ins Auto geht, äh, zu den Autoshots übergeht, ähm, ja, tiga, 4.30 Uhr, und los. Ja, ich hab mein Zeug gepackt, äh, hier, einfach so drei Kissen, hier eins, zwei, drei, und ne Decke, Trinkflasche, da ist mein ganzes Equipment, äh, bezüglich Kameras und so, Extras, äh, also Extranien und so ein Zeugs, alles dabei. Wie immer, wichtig und richtig, jetzt, Abfahrt mit den, äh, Video-Blogs vom Auto. Abfahrt, Diggi. Leute, sorry, man erkennt gar nicht. Nichts, eh, meine ganze Nachbarschaft hält mich wahrscheinlich für absolut bescheuert, weil ich jetzt einfach hier mitten in der Nacht anfange zu bloggen. Jo, seid ihr gut drauf, oder was? Ne, sind sie nicht die Pendle noch? Ja, stark. Was mach ich jetzt hier? Ich kann rumlaufen wie ein fucking MPC. Ja, ich kann mal ein bisschen über den Stranger auffüllen. Nichts. Schlaß Wunderfüllen? Nichts. Schmutz. Passt hier nichts. Freutig. Egal, wir sehen uns, tschüss. Ich bin der größte Vollidiot. Es ist 5 Uhr oder 4 Uhr 40 Uhr oder sowas. Ich Vollidiot fahr' mit dem Fahrrad jetzt hier rum. Nice. Abfahrt. Was. Wunderfüllen? Was. Oh. Was. Ich muss. K atención. Was. es ist ein träumchen da auto darf ich jetzt nicht zeigen hinter mir ist das häuschen aber jetzt schaut die landschaft aber hört man ja man hört gar nichts ja nice bin angekommen 12 stunden 20 stunden davon geschlafen trotzdem müde fühle ich auf jeden fall ja ich würde sagen ja guck mal vogel wir sehen uns dann morgen by the way da ist der pool geradeaus ist aber jetzt zu wegen ab 19 uhr macht der pool zu ist scheiße morgenpool dann ja wir sehen uns und bis dann ciao ciao was geht ab meine freunde guckt mal die tolle sonne ist am scheinen da hinten da ist unser häuschen da guckt euch die berge an berge ja toll noch mehr berge nochmal sonne ja was soll ich sagen ich lasse jetzt hier die abendsonne ausklingen den tag mit der abendsonne ausklingen scheiß auto richtig scheiß auf umwelt wir fahren auf spaß ja ich hoffe vielleicht ich bin mir nicht ganz sicher ob ich heute noch was block aber wenn ich dann hoffe ich hat euch der erste block beziehungsweise der erste tag gefallen ja und wir sehen uns dann peace und bis morgen ciao ciao so ich bin es noch mal ich störe gerne hier ist kein mensch ja ich kann nicht machen was ich will oh frankreich dumme idee ganz dumme idee jetzt bin ich hier ja wir sehen uns auf jeden fall morgen ich werde komplett frankreich auseinander nehmen ich werde mich absolut nicht benehmen ich werde kaum anscheinend spaß anscheinend respektiert aber ganz wichtig berge was macht man in bergen gar nichts berge sind scheiße ich kann nicht wandern ich hasse wandern man kann rad fahren tut man hier einfach die straße irgendwie folgen haben meine eltern jetzt gecallt und dann kommt man das nächste dörfchen das irgendwo da ist halt die fresse digga was los meine güte drecksvieh hey mensch so aber jetzt jeden tag ein block werde ich drehen und das wird jetzt eine enorme ausnahme das wird jetzt keine sorge es wird jetzt nicht so wie immer immer so sein aber ich werde jetzt ui sonne sobald ich wieder daheim bin oder zeit finde die ganzen vlogs und cuts die ich jetzt hier im urlaub mache dass ich die halt pünktlich alle fertig schneide cut und dann 14 krasse enorm geile blogs zusammen habe wegen 14 tage bin ich weg und ui häuschen ui ui ja sonne stock scheiße keiner mag dich stein und ja dann werde ich 14 tage am stück videos bringen beziehungsweise vlogs ich hoffe ihr seid übelst gespannt drauf ok ok deine prime mach was krass du hast deine prime absolut genutzt ja du bist einfach krasser als jeder andere dieser käfer w's only für den in die kommentare stopp schild ich laufe einfach heiter ich bin eine bad boy les pittes clement steht da kann kein französisch ja stopp schild kann ich auch nicht gut die büro büro ich warte stopp schild sonne keine sonne schild okay guck mal ich habe einfach mein echtes zuhause gefunden na na da maunich schaff guck mal sonne echt dummes Kind boah echt geil der will schaff ok wir sehen uns dann morgen oder auch nicht tschüss bis dann tschau tschau Vielen Dank.